Wir sind hier an der Ausgabestelle der Aktion Leib und Seele, also der Berliner Tafel. Menschen, die mehr Monat als Geld am Monatsende übrig haben, können hier Lebensmittel bekommen. Ehrenamtliche sorgen sich darum. Es ist eine Schande, dass in diesem reichen Land, Bundesrepublik, Kinder abends hungrig zu Bett gehen und immer mehr Alte auf die Tafel angewiesen sind. Wir brauchen endlich eine Vermögensbesteuerung und zur Überwindung der Corona-Pandemie eine einmalige Vermögensabgabe.